Ich heiße herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahmesession von Genshin Impact. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her gewesen bei mir, deswegen habe ich gleich ganz viele Sachen, die ich noch machen kann, weil Zeit abgelaufen ist und so weiter. Wir machen einmal hier das Buch auf. Das habe ich bisher nicht gemacht, mir die Sachen abzuholen. Ah, ne, ich muss das letzte noch machen, damit ich dann, okay. Ich habe gerade gedacht, ich müsste, ich könnte hier schon abholen. Okay, gut, also noch eine beliebige Waffe auf Stufe 10, da würde sich natürlich das Schwert von meinem eigenen Charakter gerade bieten. Kopfgelder, 36, okay, also das schon mal abgehakt quasi. Ähm, dann haben wir, was sollte ich jetzt, wann das da ist? Genau, hier würde ich noch mal gucken. Hier kann ich auch mir Sachen holen. Das Problem ist nur, ich logge mich halt nie so oft ein. Deswegen, ja. Äh, komme ich nie dazu. Und die Steinschneider-Prototypen habe ich theoretisch schon, wenn ich gerade richtig weiß. Das müsste nämlich meine Waffe von meinem Charakter sein. Okay, hier haben wir noch was. Gut. So, dann, ähm, zurück. Dann haben wir das immer noch zugleichen. Und wir haben hier wieder so einen Probelauf. Ähm, natürlich vom Prinzip her machen, ja. Ich werde den aber, wenn, später machen in der Aufnahme. Ich hoffe, ich denke dran. Und dann habe ich mich dafür entschieden, einmal die Köchin auf Jagd zu machen. Das heißt, wir müssen erstmal, wir gehen erstmal nicht die Hauptquest an, sondern gehen, äh, gehen diese Aufgabe an. Und dann, ja, machen wir hier zeitgleich Solo-Abenteuer plus den ersten hier vergossenen Tränen. Ähm, genau. Das ist mein Plan. Inwiefern davon, was über den Haufen geholfen wird, weiß ich noch nicht. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist mein Plan fürs Erste. Und da hängen schon wieder diese Blumen. Ah, ne, Pilze sind es, Entschuldigung. Kann ich mal direkt wieder mitnehmen. Ich kann sagen, kann er nicht hier auf dem Dach stehen? Zumindest ein paar habe ich mitgenommen. So, aber bevor ich natürlich jetzt hier überhaupt quatsche, schalte ich natürlich noch die Kamera weg. Sonst bin ich ja die ganze Zeit im Bild. Das geht ja gar nicht. Also, bis später. So, und dann reden wir einmal mit ihr. Was hast du denn für eine Aufgabe vor uns? Ich kann mich nicht beklagen. Ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Na, ne, komm, ich kann mich nicht beklagen. Ja, was hast du denn für uns? Okay, also wir kriegen quasi wieder irgendeine Erklärung für irgendwas, was wir beachten müssen, oder sowas? Ah, das sind die täglichen, okay. Ich kenne jetzt also tägliche Aufgaben. Äh... 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 ...Paymon ist nicht da? Keine Ahnung, woher sie redet. Hä... Äh... Wann zu bekämpfen? Ja, das wollte ich hin. Wie toll sind die Belohnungen denn genau? Machen wir mal. Oh, Überraschung. Okay. Öffne die Weltkarte und sieh nach, in welchen Gebieten Ereignisse aufgetaucht sind. Dann kannst du dich direkt zu diesem Gebiet begeben, um zu sehen, was dort passiert. Mit deiner Abenteurer-Lizenz hast du zudem Zugriff auf viele weitere Informationen. Aha, okay, es wird mir, also... Jetzt ist die Frage, muss ich immer zu ihr vorhin, um die Aufgaben quasi angezeigt zu bekommen oder nicht? Hm. Aha, okay. Vier Sachen. Tempel der Tausendwinde, okay, das würde sogar mit meiner Hauptaufgabe gerade übereinstimmen. Was ist das denn? Das Symbol sagt nix. Vielleicht ist das für die tägliche Belohnung irgendwas, dass man dann... Äh... Womit man dann später irgendwas noch kaufen kann oder so, keine Ahnung. Okay. Ich hab noch Belohnung für Abenteurer-Stufe. Oh, haben wir das? Oh ja, haben wir. Dankeschön. Okay. Gut. Ähm... Ja, das mit der Waffe upgraden... Ich weiß gar nicht. Hab ich das... Ich hab das, glaub ich, auch schon mal geguckt. Kann das sein? Sekunde. Äh... Nee, das ist nur etwas schmieden lassen. Ah, stimmt. Ich hab den Steinschneider-Prototypen, glaub ich, von ihm bekommen. Richtig. Aber das ist nicht... Hm. Ich hab keine Ahnung... Ähm... Wie ich upgraden kann. Okay, der Junge hat anscheinend eine tägliche Aufgabe für uns. Ciao, Tauben. Tauben, Enten, kleine Kinder. Was? Oh nein, ich tue schon wieder. Jetzt sind die Tauben wieder alle weg. Ja, sorry. Ich war doch dabei, sie zu füttern. Was machst du nur? Tut mir leid. Mama sagt, dass man mit Taten zeigen soll, dass man eine Entschuldigung ernst meint. Die Tauben auf der Brücke sind meine Freunde. Ich fütter sie immer. In letzter Zeit kommen aber immer wieder Enten, die in das Futter vor der Nase wegstappen. Ich möchte, dass du drei Ehren Weizen sammelst und die Enten damit fütterst. Dann werden auch die Tauben auf der Brücke satt. Sobald alle satt sind, werden sie sicher gute Freunde. Ich glaube, Weizen haben sie sogar noch in der Tasche. Wenn du Tiere gut behandelst, könnt ihr euch wirklich anfreunden. Okay. Und wo sind die Enten? Achso. Okay. Ich muss ihm einfach das Weizen erstmal zeigen. Ups. Ich muss ganz ehrlich sagen, die sehen eher aus wie Gänse so ein bisschen. Weil ganz weiße Enten habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Aber zumindest machen sie Enten Geräusche. Okay, so machen wir gerade so ein bisschen was von den täglichen zumindest, dass wir Teilbelohnungen bekommen. Ob ich jetzt alle mache, weiß ich noch nicht. Werden wir mal sehen. Weil ich will ja eigentlich mit der Hauptquest weitermachen. Deswegen ist das eigentlich wichtiger so. Aber der war jetzt auf dem Weg quasi. Sobald sie satt sind, werden sie alle besser miteinander auskommen. Wenn du das nächste Mal an ihnen vorbeigehst, erschrick die Tauben bitte nicht. Es dauert sonst eh wieder ewig, bis sie wiederkommen. Ich werde vorsichtig sein. Ich werde mal durch den See schwimmen, damit ich die Tauben nicht aufschrecke. Ist schon gut, ich verzeihe dir. Hier nimm einen von den Kartoffelpuffern nach Mondstadt-Arte. Die mag ich besonders. Man soll immer nett zu anderen sein. Das hat mir Mama beigebracht. Sehr schön. Hat deine Mama dir schön beigebracht. Genau, wir sind hier schon in der richtigen Richtung. Ich hoffe mal einfach, dass das Upgraden der Waffen bei mir einfach noch nicht freigeschaltet ist. Dass es entweder auch über eine Story kommt. Oder vom Abenteurer-Level abhängt. Weil ich sag mal so, wir sind ganz gut equipped. Wir brauchen gerade nicht upgraden. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das so gedacht ist quasi. Ich habe mich übrigens auch noch nicht entschieden, ob ich jetzt zum Beispiel heute wieder einen Gacha mache. Aber wenn, dann werde ich definitiv mich dann noch entscheiden, ob halt Waffe oder Charakter oder beides. Ein Schmeckerling.